Ich hoffe die Clang kommen her. Kannst halt kaum abwarten mit der neuen Map zu spüren, ne? Oh ja. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Scheiß Ding hier. Naja, wichtig wär halt einfach nur so ein Migrationsystem. Kommt doch auch. Naja, naja, ja. Soll ja die, die... Aber das soll ja selbst hier schon helfen. Oh, da ist ein Krok, ein Landkrok. Die AI soll ja dann durch die Gegend laufen, unterschiedlichen Größen und... Leute, da ist ein Rodon. Ja und ein Krok. Den Rodon hol ich mir. Oh. Es sind mehrere Rodons. Alter, wie viele sind das? Da sind ein paar. Hab ihn getroffen? Hab ihn getroffen? Was ist denn der? Hä? Hä? Das ist der kleine Mistfiecher. Das ist... Man kocht eigentlich Pouncen? Ja. Lohnt sich aber nicht. Näh. Gut nicht, glaube ich. Geht. Dauert auch lange, bis die ausdrücken. Hä? Ich glaube der kleine, der stirbt gleich. Junge. Ist das anstrengend. Oh. Lol. Ach, beim orientieren mach ich mir keine so. Ich bin gespannt, wie die Map halt performt. Hm. Da drüben rennt er. Ja. Ich brauche Wasser. Gehen wir runter Wasser heute, oder? Wollen wir crossen dann, oder? Hm. Mit den kleinen. Naja. Kann uns ja egal sein. Alter, Rodons. Ohi. Oh lol. Chicken. Ja. Warte mal. Geh doch. Geh doch. A bein. Boah. Ich kann schon wieder. Oh. Lol. Oh. Jawoll. Lol. Ja. Boah. Bitte hör auf mich zu beißen. Danke. Junge. Warum bugt denn das permanent? Das ist ja über zu nervig. Das ist richtig reulig. Das hatte ich vorher nicht so schlimm. Aber irgendwie ist das manchmal richtig random. Manchmal hast du das oft. Manchmal hast du das gar nicht. Na? Hast du auch einen? Na klar. Clean Snackarino. Ja. Fresst. Ich muss leider mich aushungern lassen. Moin Niklas. Jetzt kann Mama Tiger mitspielen. Niklas übernimmt. Ja. PV gespielt ja die ganze Zeit auf Office ne. Beschwert sich immer wegen Hackern und dass die Performance scheiße ist. Anstatt hier mit drauf zu spielen. Ja ja. Ja. Ist ein Kunde. Ja. Na der zockt der hier auch nur noch mit Anni und so. Yoda wie die alle heißen. Ach. Die Yoda und so. Die. Die wollen ja nicht mehr. Die hab ich ja gar keinen Kontakt mehr. Ist nur einer. Ja. Ja. Die Nachrichten. Ja. Den Kano. Den Kano. Den Kano können wir uns doch holen. Den können wir uns auf jeden Fall holen. Blute halt leider immer noch ein bisschen. Aber. Der eine Kano ist kein Problem. Problem ist ja das hat es auf der Kante. Das ist halt scheiße. Der will ja. Der will. Oh die Kleinen. Vorsicht. Oh nee. Ah ok. Behind. One more. Ok. Ich blute nicht mehr. Warte mal. Ich scout mal ganz kurz. Oh lol. Da sind noch Stegos. Da sind Stegos ja. Ok. Oh nee. Zera ist hier noch. Alles klar. Oh. Na moin. Nächsten gibt uns. Lol. Hä? Hä? Ja. Ja. Keine Ahnung. Oh lol. Ja. 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 Der Altbis ist halt. Der Altbis ist halt. Oh nein. Er ist tot. Er ist am Marsch. Er ist tot. Und tschüss. Jo. Jo. Ok. 75% Leben. Was? Das ist mit den Stegos. Der Tera dreht sich da nur im Kreis. Der kann weggehen. Oh. Na. Der Kano ist nicht so bad. Der hockt sich hin. Weil er weiß. Er kann sich schneller drehen. Ja. Dadurch verliert er weniger Bleed. Nur ich habe Angst vor dem blöden Zera dort. Da oben ist noch ein Zera. Ja. Ja. Er sind. so groß ist. Die haben richtig Bock hier. Alter. Hau uns nicht. Hä? Wir bleiben auch einfach dran. Lol. Hä? Hä? Ok. Ja. Ja oder ab. Ja oder ab. Ja oder ab. Ja oder ab. Ja. Ja. Er hat keine Lust mehr. Ach ja. Moin. Ist er im Busch? Uh. Äh. Hä? Ist er jetzt im Busch? Hallo Grandpa. Dankeschön für eine Welt mit Zwift. Wie und. Und hallo Sternstock. Der ist im Busch. Äh. Jetzt schon aus. Jetzt schon ausmachen? Was ist da los? Der ist noch im Busch. Das Problem ist halt der. Alter. Oh. Tega. Äh. Der ist nicht mehr. Boah. Ich block die Kacke hier schon mal da rein. Das ist sonst immer echt verdünnisiert. Das ist sonst immer echt. Ja. Ja. Wow. Das ist. Das ist unnötig. Jetzt greifen die. Boah. Ja ja. Die holen sich jetzt. Ach man. Die. Ich glaube mal. Der Kano rennt weg. Der Kano rennt weg. Hallo Paldro. Aber sonst. Aber sonst. War die Jagd erfolgreich? Wir können den Kleinen hier töten. Warte mal. Oh. Oh. Komm mal her. Ich kann nicht beißen. Ich kann nicht beißen. Nein. Scheiße. Ich hasse dieses Spiel. Er rennt weg. Wenn wir seinen Mates rennen. Ja seine Mates kommen wieder. Ja. Komm. Blame. Wir könnten versuchen. Wir könnten versuchen. Den Kano zu holen. Weißt du wo der hin ist? Ja. In die Richtung. Au. Oh mein. Das Damm ist auf jeden Fall auch. Nicht mehr so. Krass im Start. Irgendwo in die Richtung. Boah. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ja. Irgendwo. Irgendwo Richtung Wald ist ja bestimmt abgehauen. Ja. Ich muss mir auch kurz Damm holen. Ist denn denn schon der Grandper weg? Ja. Der ist Richtung Wald gerannt. Kann wieder nicht hinsetzen. Sag mal. Ich hab das jetzt auch zur Zeit gerade irgendwie voll auf. Was soll denn das? Ja. Es ist richtig sinnlos. Hast du. Was. Was hast du denn gespielt? Hast du denn noch Leute gejagt? Ach. Anbetung ist geschlossen. Es ist so warm. 32 Grad. Äh. Ja klar. Paltrow. Wir suchen noch ein paar Jutas. Kommis. Ja. So. Und was passiert in der Stunde? Äh. 20, 30 haben wir ja das Teamfight Event. Und das werde ich moderieren dann mal wieder. Teamfight Event. Hast du wieder verpasst? Ja. Die Anmeldung ist zu jetzt gerade. Vor einer halben Stunde. Ja. Und was passiert da? Hm. Es sind zwölf Teilnehmer. Max zwölf Teilnehmer. Und die werden in Teams gepackt. Und dann. Ab geht's, ne? Ah. Okay. Wenn wir eine ungerade Zahl sind. Hallo. Hallo. Anmelden. Damit wir ein. Gleich großes Team haben. Ja. 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 Moin. Ja, Tyler. Hast du Bock? Klar. Why not? Was muss ich tun? Hm. Hm. Einfach nur da sein. 20, 30. Achso. Okay. Achso. Du musst natürlich dein Dino. Du musst auch dein Dino wählen. Welchen nehmen willst du dann? Achso. Es nimmt dir dann einen anderen Dino oder was? Jo. Du weißt halt nicht wer was nimmt. Weil das Teamfight hat random gesteckt. Ah. Mach ich jetzt richtig? Äh. Das musst du Cinnamon fragen. Er hat das geplant. Jetzt hab ich den Kano verloren. Verdammt. Äh. Wo sind die alle? Dino? Oh. Ohhhhh. Ohhhhhhh. Ein großer, ein kleiner. Oder? Ja. Ich glaub kleinere aber auch schon sehen. Lasst du hier welche passenониhst du das Gebüschrennen und dann? Ja. Oh oh. Oh. Oh mein god, ich bin dead. Als ob hier gleich einer sitzt, ne? Ach komm, die Tenos nutzen die Chance und schwimmen rüber, ne? Ja, ich bin tot. Junge, das ist so dumm. Das ist so, das ist so doof. Warte mal, wir können den Tenover dazu locken, dass er ins Wasser geht. Was willst du hier? Ja, der kommt rüber, oder? Er kommt ja rüber. Er traut sich nicht, weil er weiß, dass ich kann wieder nicht beißen. Mann. Jetzt. Er geht rüber. Oh mein Gott. Komm jetzt, wenn das Croc nicht hingeht, ne? Oh, wow. Wow. Ach, come on. Oh, na klar. Das Croc, Alter, komm. Lächerlich. Jetzt geht's ins Wasser. Oh mein Gott. Lächerlich. Und das ist ein Mini Stego. Und das ist ein Kano. Und ein Kano. Und Rums. Oh, ey. Ey, das ist der Kano, den wir angegriffen haben für uns. Der Kano einfach weggecharged, so. Aus dem Weg, du Ringverdiener. Ist das ein Stego? Ja, ist das ein Stego. Und nochmal, let's go, Rums. Junge. Ähm, bei diesem Turnier growt ihr dann einfach die Dinos, oder? Wir growen euch, ja, ja. Okay. Teleportiert nicht in London. Voll. Äh, warte mal kurz auf Titan hier, würde ich sagen. Ach so. Äh, sag ich jetzt nochmal, als Omni spawnen. Ja, mach. Fühle ich gerade als Terra rein. Oh nein. Kannst auch als Omni wieder reinkommen, es geht doch schnell. Naja, stimmt schon, aber halt Essen, ne? Und Rums. Wir brauchen halt was zu essen, das ist halt das Ding. Gut, der Stego ist gleich tot. Ist hier irgendwas noch im Umkreis? Da oben liegt irgendwas. Wollen wir mal gucken gehen? Warte mal, das ist glaube ich... Das ist auf der anderen Seite. Ne, warte mal, das ist... Jo, das ist auf der anderen Seite. Da. Da liegt's. Ich hab's schon gehört, hier ist irgendwo ne Dino, Wasser. Ah. Belastend. Ein bisschen, ja. Wollen wir rüber irgendwie, oder? Was wollen wir machen? Was ist jetzt der Plan? Gute Frage. Warte ist gerade eingeloggt. Ich lache, es ist Niklas. Ja, dachte ich mir. Hm, wo bist du denn ungefähr titled? Noch gar nicht, machen wir gerade nochmal neun. Ach, nice drauf. Keinen neuen Skin. Ich spawn im Center und bin... Im Center? Da müssen wir ja nochmal crossen. Bin... Wo bin ich? Ich bin am... Ja, wir crossen da drüben an der drüsten Städte. Warte? Ah, ich bin... Fast bei euch. Ja, ich bin glaube ich direkt bei der Kreuzung, oder? Bin ich denn? Ja, wir springen hier drüben rüber. Ja, dann... Leu... Leu... Mich hat ein Hasen... Was? Ja, nimm den mit, bitte. Ich brauch den. Tschöö, Niklas. Mich hat ein Hasen... Kann ich mit dem her springen? Du kannst mit dem her springen, oder? Ja, gut. Das war... Oh, oh, oh. Das war... Das war gerade der Angstschiss gerade. Oh, nee. Ja, war klar. Oh mein Gott. War klar. Ja, moin. Also... Niklas ist tot. Ja, Niklas ist ein netter Versuch, würde ich sagen, ne? Das war noch das gleiche Krok. Ja, ja, das ist auch das gleiche Krok. Ja, ja, das ist auch das gleiche Krok. Ist noch ein kleines Krok drin, das ist... Die hätten uns eigentlich locker wegholen können allesamt. Warte mal, was ist denn... Punkte für ein Kano? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, scheiße, jetzt hab ich angefangen. Nee, warte mal. Komm mit. So. Ich hoffe, das reicht für zweimal S. Sollte eigentlich. Ist das eigentlich klein genug für einen Hase? Das sollte eigentlich... Sollte passen. Passt. Nice, siehste. Was denn hier noch? Alter, kleiner, kleiner Dings. Hm? Ähm, trudern. Wo? Ich war hier gerade. Warte. Kurz neben den Hasen steht. Also der war mini, mini, mini. Alter, ich seh den nicht. Nee, komm. Nee, nee, der war so mini. Nee, nee, der war so mini. 32 Grad und es wird noch heißer. Lass den Tidet noch mal sterben. Oh Gott. Wollen wir gleich noch mal trinken gehen? Oder wollen wir beim Rock? Ja. Wir können auch auf dem Rock trinken. Obwohl... Ja, wir können auch davon trinken gehen. Ach. Weißt du, worauf ich wirklich richtig Angst habe? Nee, noch nicht. Wenn das Update kommt. Dann? Weißt du, wie knalle voll der Server wird? Ach so, ja. Hier sind Omni. Hier sind 2. Oh, hier sind 2. Oh, hier sind 2. Oh, hier sind 2. Oh, hier sind 2. Ich hoffe, dass wir eine Whitelist kriegen für Admins, dass wir einen Extraslot bekommen. Das wäre gut, ja. Weil, wenn das wirklich voll wird. Ja, was sollen wir denn machen? Ja, das wäre meine Frutters. Scheiße, ihr gebt mir auch die Perfect Diet holen können. Warte mal, das ist schlecht. Ich kann das, oder? Nee. Ich krieg keine Diet. Nee, nee. Kannst du schon da essen? Wieso? Ich kann nichts. Mach jetzt. Also ich habe so ein Gefühl, vielleicht machen wir modern. Na gut. Mal, der, die, die, der No notes Server wird wieder voll werden, ne? Und ja, nur die das Server, also beide Server werden wieder voll sein. Ist vorbei, schade. War ja schon krass, wo ich das Update gehabt war, da waren auch beide Server voll. Und der Dunk. Mhm. Wenn da Gameplay kommt. Ich glaube da muss ich irgendwie mit dem Platz sichern. Einfach nie wieder ausloggen. Ja. Katar, Katar und... Was war das denn gerade eben? Alter, das war eine Lunge. Also, wenn du das meinst, was hier gerade so geflogen ist... Wir haben jetzt gerade irgendwie kurz geruggelt, aber... Achso, bei mir ist gerade einfach so rechts neben mir so eine Lunge vorbeigeflogen. Wo kann man trinken? Wo kann man trinken? Hier war das, ne? Ja, ja. Nee. Nee, nee, ich war da links. Hier, hier drüben ein paar drauf, hier bei mir. Hier war es, ne? Naja, wo die Inseln sind. Ach ne, da drüben, ja, da drüben, ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Ja, hier in der Mitte. Rheib mich doch nicht an, Niklas. Oh, guck mal, da kommt es. Oh. Und das, und der Zera dringt ganz rechts. Ja, ne. Oh, Mann. Da frage ich mich auch wieder, wisst ihr? Guck mal da drüben, da, guck mal da drüben. Geh doch darüber, du fetes Krab. Ja, guck mal da drüben. Mach doch die, mach doch die Klotz. Da kommt auch eins. Ja, Alter, ich geh zum Wasserfall. Ich find noch ein kleiner Dingens. Ah ja. Und? Hier ist noch ein kleiner. Mit? Niklas. Nachher. Jetzt müssen wir erstmal auswachsen. Ja, lass hintergehen, Wildschwein holen, dass die anderen halt auch ganz entspannt growen können. Selbst unser Willkommens-Bot kommt manchmal nicht hinterher. Das hättest du mal öfters beobachtet, Niklas, ne? Wenn dann pro Tag so 40, 30 Leute mal wieder joinen und der Bot kriegt dann eine höchste Macke. Warum auch immer. Nee, aber ich kann verstehen, warum die Leute keinen Bock auf No Roots haben. Der ist halt permanent leer, die Leute haben einfach keinen Bock. Wenn du No Roots spielen willst, kannst du auch auf den Office spielen. Aber gut, die Office laufen halt momentan scheiße. Ja, das geht ja gar nicht. Aber es ist halt so, das ist so die deutsche Community, die die Brauch regeln, die will regeln. Und wenn du No Roots spielst, gibt es nur einen Server, das ist Asura. Und Asura ist halt immer voll. Ja, lass den holen, komm. Was ist denn da hin? Ist der hoch dran? Ja, der speedt hoch, der speedt hoch. Gibt es nur sehr gute Futterquelle, mein kleiner. Ich seh nicht. Er ist bei mir. Ab ihn. I just puked. Oh Gott. Beiß mal, beiß mal, beiß mal, beiß mal, beiß, beiß. Nice. Für die Kleinen ist das gut jetzt. Und ich hab endlich mal zwei da jetzt. Schön. Oh, er war gar nicht so klein. Hier ist Lunge. Ich halt mal, ausguck, ne? Ja, du meinst jetzt nicht mal, du bist hier irgendwo. Jupp. Wow. Oh. Ja, wir haben hier Babu getötet. Denkst du, denkst du, das war hier eine Maid von denen? Weil die grad rumschreien? Näää. Kann man auf dem Rumpen trinken? Hä? Kann man da oben drauf trinken? Äh, ja, es ist, ja, kannst du, warte, pass auf. Ich bin da einmal stecken geblieben. Ich bin gleich wieder weg. Mhm. Aber immer nur einer, immer nur einer. Ja. Ja, Niklas. Ich bin schon wieder verbuggt. Ich lock mich kurz. Warum das denn? Was hast du denn? Schon wieder irgendwas mit Essen hier? Äh. Ja, das ist mein Aang. Ja, noch Westen und auf jeden Fall noch andere Juniors. Äh, ist denn noch... Vanille? Ja, schocksweise nicht. Vanille? Auch dabei? Vanille? Nicht. Nee. Echt nicht? Nee. Hier ist ne Kleine hier. Hm? Wo? Ich. Ja, ich hab mich grad gelockt. Also streamt denk ich mal Angerkiller auch. Hoch. Hm hm. Ah. Ich schluck auf. Es ist warm. Findste? Hm. Oh, ein Dino. Hm. Oh shit. Oh, der kommt ja nicht hoch. Glaub ich. Doch kommt er. Ja. Ja, ja. Kann er. Ja, ja. Ja, ja, kann er. Hier kommt er aber nicht hoch. Was fehlt er denn? Oh, scheiße. Er geht runter. Ich hab's verkackt. Trepp. Komm ich hier irgendwie wieder hoch? Oh, kalt ey. Erstmal Heißung auf 5. Ja, mach mal. Hm, ja. Okay. 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 Ja, ich würde Heißung anmachen. Ich würde noch einen Heizstrahler neben dir aufstellen. Und dann, äh, ne? Bist du noch Pullover anziehen? Und noch eine Decke übern Schoß? Hm. Eine Wärmedecke. Ja. Bäh. Oder Heizdecke. So heißt das nicht. Wärmedecke, what the fuck. Oh ne die heiße Badewanne. Oh. Noch ein Infrarotstrahler neben dich. Ja. Ja. Schmeckt. Ich weiß halt wirklich, was hat extremen Hilf gegen die Wärme. Es hat wirklich mal einen Kaffee trinken oder irgendwas warmes. ja das stimmt dass du halt von innen aufwärmst dein körper dann merkt oh ok nee ist gut das ist nur einer ja letztes weiße beide meine funktioniert wirklich für ein wind existieren würde dann kann man sich drucken lassen weil wir gedacht ja ja ist richtig weiße dusche ist auch gut ja das ist einer noch mal den japan holen wir uns klar dass er wieder auf mich geht ich werde so gerne groß warum geht er nicht auf mich hallo wie man anspringen wie hat er mich da getroffen seh das buggy alt ist es buggy das war sehr komisch grad das sieht ja komisch aus volle wurde warum geht er wie mich die ganze zeit hallo mann was willst du denn ja ja ist ich mir das mit dem bis auch stamina und nein der hat mir irgendwie hälfte auf einmal weg ganz komisch war auch gar nicht so lange dran kommen wir wieder ich bin bei hälfte ungefähr oh mein gott oh sagt das doch natürlich was alter ich guck mal ich hatte noch einen übelsten pips warum bin ich abgefallen ach 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 ach